Ja, Shalom und Gottes Segen im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Willkommen zu einem Video, in dem es heute kurz und knapp um etwas gehen soll, was in der Welt kursiert und eine der größten Irrelehren ist, die auch in früheren christlichen Kreisen Fuß gefasst hat, auch in kabbalistischen Kreisen. Es geht nämlich um den Gnosticismus, um die Gnostiker, um die Gnosis. Und die Gnostiker behaupten, dass der Sündenfall, also als Adam und Eva vom Baum der Erkenntnis gegessen haben, das war nicht etwa etwas Negatives, etwas Schlechtes, sondern sie stellen es so dar, als wäre die Schlange etwas Gutes gewesen, die den Menschen zu etwas Gutem geführt hat, nämlich zur Erkenntnis. Doch man muss nicht erst aus dem Fenster springen, um zu erkennen, dass das nicht gut endet. Und genauso kam ja auch durch den Sündenfall eben die Sünde in die Welt, der Tod, der Krieg, das Leid, der Schmerz. Wer glaubt, dass das etwas Positives sein soll, der lebt in einem äußerst okkulten Phantasialand, aus dem er dringend aufwachen sollte. Deswegen, dieser Gnostizismus ist etwas äußerst okkultes, antibiblisches, antigöttliches, antichristliches. Und viele Gnostiker gehen noch einen Schritt weiter und sagen, der Gott des Alten Testaments ist niemand anderes als Satan selbst. Ähnliches finden wir auch in der Freimaurerei. Vielleicht kennt ihr das Symbol, das große G. Da behaupten viele Freimaurer in den unteren Graden, die noch nicht so viel Erkenntnis in Anführungsstrichen haben, dass das G für Gott stehen würde. Aber das ist natürlich Quatsch. Das G steht für Gnosis. Und Gnosis heißt Erkenntnis. Und so glauben die Freimaurer, dass bei jedem Grad, den sie aufsteigen, auch die Erkenntnis wächst, bis sie letztendlich beim 33. Meistergrad angekommen und aufgestiegen sind. Und dann wird ihnen beigebracht, dass Gott eigentlich Luzifer ist. Und wer das glaubt oder glaubt, das hätte irgendwas mit wahrer biblischen, göttlichen, christlichen Erkenntnis zu tun, der lebt ebenfalls in einem okkulten Phantasialand. Gnostikern, geht es nicht um Errettung. Ihnen geht es einzig und allein um Erkenntnis, weswegen sie auch oft die Kabbalah benutzen, um irgendwelche Erkenntnisse zu gewinnen. Aber Errettung bekommen wir laut Bibel nur in Jesus Christus und nicht durch unsere eigene Erkenntnis oder einen Aufstieg in irgendeine andere Dimension oder Sphäre. Deswegen gibt es ja auch viele gnostische Evangelien, die zu Recht kein Bestandteil der Bibel sind und auch niemals sein werden. Und diese Lehre ist eben auch in vielen okkulten Kreisen, auch in esoterischen New Age Kreisen zu finden, wo es darum geht, selbst aufzusteigen zu einem Wesen. Aber das natürlich ohne Gott, denn sie sagen oft, ich bin mein eigener Gott. Und das ist natürlich absoluter Käse. Wir wollen uns mal anschauen, was die Bibel dazu zu sagen hat. Unter anderem erstmal in Kolosser 2, Vers 1, da steht geschrieben, Ich will aber, dass ihr wisst, welch großen Kampf ich habe um euch und um die in Laodicea und um alle, die mich nicht von Angesicht gesehen haben, damit ihre Herzen ermutigt werden, in Liebe zusammengeschlossen und mit völliger Gewissheit im Verständnis bereichert werden, zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, des Vaters und des Christus, in welchem alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen sind. Wenn wir wirklich Erkenntnis haben wollen, nach Erkenntnis streben, nach biblischer Erkenntnis, dann finden wir die ganze Fülle dieser Erkenntnis einzig und allein in unserem Gott und Vater und in unserem Herrn Jesus Christus, aber mit Sicherheit nicht durch irgendein Schlangengift von okkulten Kreisen, die den Menschen lehren, dass der Gott des Alten Testaments Satan ist oder der Sündenfall durch die Schlange ausgeführt etwas Gutes sei. Dann muss nicht seine Hand auf die Herdplatte, die heiß ist, legen, um zu erkennen, dass das nicht gut ist. Besser wäre es, man würde es gar nicht erst tun, denn dann würde man sich einiges an Leid und Schmerz ersparen. Weiter heißt es im ersten Korintherbrief, Kapitel 13, Vers 2 und in Epheser 3, Vers 19, Und wenn ich Weissagung hätte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis und wenn ich allen Glaubende säße, sodass ich Berge versetzte, aber keine Liebe hätte, so wäre ich nichts. Und die Liebe des Christus zu erkennen, die doch alle Erkenntnis übersteigt, damit ihr erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes. Den wahren Jesus Christus zu erkennen und die Liebe in Christus Jesus und die Liebe des himmlischen Vaters, der seinen Sohn für uns und die Welt gesandt hat, das ist die Erkenntnis, die alle Erkenntnis übersteigt, auch natürlich die Erkenntnis vom Sündenfall und diesem Gnosticismus. Deswegen lasst euch nicht verführen von solchen okkulten New Age esoterischen Phantasialandgeschichten. Der Sündenfall laut Bibel war etwas Negatives, dadurch kam das Leid in die Welt, der Schrecken, der Krieg, der Tod und die Sünde. Wer glaubt, dass das gut sei, der ist nicht besser wie die Schlange, die damals Adam und Eva verführt hat. In diesem Sinne, lasst euch nicht verführen, lasst aber gerne mal ein Like da, teilt das Video gerne für Gnostiker und Esoteriker, abonniert den Kanal und zu Risiken und Nebenwirkungen, lesen sie die Bibel und fragen sie den allein wahren Gott um Erkenntnis, denn die Wahrheit kommt ans Tageslicht. Der König der Könige, der Richter der Welt, der Herr der Herren, der Sohn des lebendigen Gottes, Jesus Christus. Amen und Gott segne euch. Sohn des lebendigen Gottes, Jesus Christus.